Es geht um das Abrissunternehmen Wilhelm Bonder aus Worbis. Hey, sag mal Kinder, reißt ihr mit dem Schall ab? Hey, 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 hey Du brauchst gar keinen Hammer mehr mitnehmen beim nächsten Konzert, weil deine Leute sind der Hammer. Das ist unglaublich. Ihr kommt woher? Wir kommen aus Morbus in Thüringen. So schaut's aus. Okay, ganz kurz bei euch, eingeschlagen wie eine Bombe. Mike Krüger macht für euch Musik und hat für euch extra auch noch einen anständigen Text formuliert. Wie ist es für euch jetzt? Also ich will mich jetzt mal an dieser Stelle bedanken, bei Mike und den ganzen Team, die das wirklich gemacht haben. Weil bei uns ist das eingeschlagen wie eine Bombe. Radio, Zeitung, überall wird das verspielt und wir haben keine CDs, nichts mehr, alles aus. Aber man kann es noch downloaden unter www.macher-album.de. Das ist auch übrigens für alle, die hier sind, ein kleiner Tipp am Rand. Ich gehe wieder, damit wir hier eine schöne Gruppe nochmal bilden, hier für die Weltpresse, die versammelt da ist. Sogar das Bistumsblatt hat sich angesagt. Und jetzt grinsen wir noch einmal alle freundlich und freuen uns auf Mike Krüger, der jetzt noch gerade, es kann ein bisschen dauern, ungefähr 5 bis 10 Minuten, die Nase gepudelt kriegt. Verstehen Sie? Und das ist ein bisschen zeitaufwendig, weil es soll ja auch nicht nur schön klingen, sondern auch gut aussehen. Also jetzt holen Sie sich vielleicht noch ein bisschen was zu trinken und genießen Sie einen wunderschönen und für Sie wirklich hoffentlich unvergesslichen Abend. Unsere Gewinner werden ihn haben. Viel Spaß mit der Macher-Tour und viel Spaß mit Mike Krüger bei Mercedes Transport in Regensburg. Dankeschön. Wir begrüßen Sie Mike Krüger. Wir begrüßen Sie die Macher-Tour und viel Spaß mit der Macher-Tour und viel Spaß mit der Macher-Tour und viel Spaß mit der Macher-Tour. Einziger Wurst und schlicht Ihnen echten Schwein. Ich hab das, das vom letzten Mal noch gar nicht auf. Komm, setzen Sie wieder hin. Danke sehr. Sehr cool. Braucht ihr was zu essen, Jungs? Man geht nach mir. Mami, ich geb's dir, du kannst es hier brauchen. Ja, super. Danke, das war Wilhelm Bonda. Ja. Mike, 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 Mike. setz dich hin. Okay. Aber Ihre Art ist schon. So, auch für Wilhelm Bonda haben wir ein Lied geschrieben. Sollen wir das mal spielen, Wille? Ja, okay. So, auch für Wilhelm Bonda haben wir ein Lied geschrieben. So, auch für Wilhelm Bonda haben wir ein Lied geschrieben. So, auch für Wilhelm Bonda haben wir ein Lied geschrieben. So, auch für Wilhelm Bonda haben wir ein Lied geschrieben. Ich muss sofort darüber, das ist weiter als man denkt. Ich sag, das musst du wohl jetzt machen, wenn ich will. Wenn ich will, ziehe ich alles klar. Denk wie unsere Männer von da sind, als man zählt sein. Ich kann's auch sehr röse, toll und sag, es sollte sein. Aber wenn ich will, wenn ich will, ziehe ich alles klar. Aber wenn ich will, ziehe ich alles klar. Wenn ich will, ziehe ich alles klar. Denk wie unsere Männer von da sind, als man zählt sein. Denk wie unsere Männer von da sind, als man zählt sein. Aber wenn ich will, wenn ich will, ziehe ich alles klar. Vielen Wunder, unsere Jungs! Vielen Wunder, unsere Jungs! Ja, das ist ein bisschen Vaca, Vaca! Was ist du warum ich hier Vaca, Vaca? Anfänger, Vaca? Vaca, 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 Vaca Vaca, 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 Vaca Vaca, Vaca بال mother up Engine mucho, wir so." Die Kaffee, würde ich dich w Suzами, w создLINGIC pueden alle! Die Kaffee das bläscherzene, die Kaffee mit den Keith dieydi, die Kaffee macht die Kaffee macht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020